Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Und in diesem Kontext sind vor allem zwei Mythen sehr wirkmächtig. Der Mythos des fremden Täters, Stichwort der Mann, der mit Bonbons irgendwo am Spielplatz steht und Kindern auflauert. Und der Mythos des ausschließlich pädophilen Täters. Diese Mythen wollen wir heute ein wenig aufbrechen und uns mit dem Phänomen und den Hintergründen sexualisierter Gewalt gegen Kindern beschäftigen. Der Begriff sexualisierte Gewalt an Kindern, das hört sich ja vielleicht erstmal ein bisschen sperrig an. Weil wir alle eher den Begriff Kindesmissbrauch kennen. Allerdings, dieser Begriff ist ja doch auch etwas komisch. Denn wenn man etwas oder jemanden missbrauchen kann, dann kann man denjenigen ja auch richtig gebrauchen. Und dann sei die sexualisierte Gewalt einfach ein falscher Gebrauch von Kindern. Das ist aus unserer Sicht und aus vielfacher Sicht auch in der Literatur heutzutage problematisch, weswegen die Bezeichnung der sexualisierten Gewalt heute vorgezogen wird. Unter sexualisierte Gewalt an Kindern wird eine Vielzahl möglicher Handlungen gefasst. Es wird unterschieden zwischen, in dem Deliktsbereich, etwas unglücklich die Formulierung, aber sie wird benutzt, Hands-off und Hands-on Delikten. Im Strafgesetzbuch gibt es dazu Regelungen in den Paragraphen rund um Paragraph 176. In dem wird sexualisierte Gewalt gegen Kinder als Straftat definiert. Wenn die betroffene Person unter 14 Jahre alt ist und an dieser sexuelle Handlungen vorgenommen werden oder die Person sie an sich vornehmen lässt oder wenn von dem Kind sexuelle Handlungen vorgenommen werden oder wenn ein Kind dazu bestimmt wird, sexuelle Handlungen vorzunehmen an sich oder an einem Dritten und auch wenn pornografische Inhalte gezeigt werden. Also letztendlich eine große Bandbreite unterschiedlicher Möglichkeiten von sexuellen Handlungen, ob das Kind angefasst wird oder nicht angefasst wird, also ein sehr weit gefasster Bereich und das, was dabei deutlich wird, ist, dass dieses In-Kontakt-Bringen mit erwachsener Sexualität verhindert werden soll. Also das ist eigentlich das, was unter Strafe steht, was strafbar ist, weil es das Kind verstört oder natürlich je nachdem, worum es geht, auch stark verletzen, traumatisieren kann, überfordernd ist und der Entwicklung schadet. Und was hier in diesem Bereich auch noch mal relevant ist, ist, dass es nicht auf die Einwilligung des Kindes ankommt. Also wir haben in der letzten Folge uns ja mit sexualisierter Gewalt gegen Erwachsenen beschäftigt und da auch diese Stichworte Nein heißt Nein thematisiert. Und das ist jetzt der Unterschied. Im Bereich Kinder geht man davon aus, dass ein Kind gar nicht einwilligen kann in eine Sexualität mit Erwachsenen, also gar nicht darüber bestimmen kann. Und insofern ist immer sexualisierte Gewalt ist völlig egal, ob das Kind nach außen hin irgendetwas tut, was als Zustimmung gewertet werden kann. Ein Kind kann das gar nicht einschätzen und ist nicht in der Lage, so eine Entscheidung zu treffen. Wenn man jetzt von sexualisierter Gewalt an Kindern spricht, dann interessiert uns natürlich auch, wer sind die TäterInnen oder was sind die Tathintergründe? Und man könnte ja zunächst mal annehmen, Stichwort Mythos 1, den du vorhin genannt hast, dass Menschen, die solche Taten begehen, eine sexuelle Neigung zu Kindern aufweisen, also pädophil sind. Was ist mit Pädophilie gemeint? Dazu gibt es eine klinische Beschreibung und das bedeutet, wenn jemand über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten wiederkehrende, intensive, sexuell erregende Fantasien, dranghafte Bedürfnisse oder Verhaltensweisen, hat die sexuelle Handlungen mit einem präpubertären Kind oder Kindern in der Regel 13 Jahre oder jünger beinhalten. Die Person hat dann entweder die sexuell dranghaften Bedürfnisse ausgelebt oder diese verursachen für sie ein deutliches Leiden oder zwischenmenschliche Schwierigkeiten. Und die Person ist mindestens 16 Jahre alt und mindestens fünf Jahre älter als das Kind oder die Kinder, die in den Fantasien eine Rolle spielen. Und wenn die ersten beiden Dinge zutreffen, dann spricht man von einer pädophilen Präferenz. Wenn alle drei Dinge zutreffen, dann von einer pädophilen Störung. Wichtig ist hier auch nochmal, dass eine pädophile Präferenz erstmal nicht unbedingt auch strafbares Verhalten sein muss. Also die sexuelle Präferenz Kindern gegenüber, die Fantasien, das ist ja erstmal alles nicht strafbar, sondern wenn es zu Gewalt gegen Kindern kommt. Und das muss man hier auch nochmal deutlich unterscheiden, dass eine pädophile Präferenz erstmal jetzt nicht gleichzusetzen ist, auch schon mit sexualisierter Gewalt an Kindern. In der Medizin geht man aktuell davon aus, dass eine sexuelle Orientierung sich innerhalb der Pubertät entwickelt und nicht selbst gewählt ist und übers Leben hinweg auch stabil bleibt. Also eine pädophile Präferenz ist nicht selbst ausgesucht und sie bleibt übers Leben hinweg auch. Wie häufig kommt jetzt sowas eigentlich vor? Das ist ganz schwierig zu sagen. Es gibt da keine verlässlichen Daten. Es gibt unterschiedliche Befragungen. Interessanterweise sind die Befragungen, die es gibt, immer an der männlichen Bevölkerung durchgeführt. Also wir wissen gar nichts über pädophile Präferenzen bei Frauen. Und diese Befragung kommt zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das sind so Spannbreiten von 0,2 Prozent der männlichen Bevölkerung bis 3,8 Prozent, die eine pädophile Neigung aufweisen sollen. Also das ist schwierig wirklich einzuschätzen. Auch die Ursachen der Pädophilie sind nicht geklärt. Ich hatte ja eben auch gesagt, man geht in der Medizin davon aus, dass sich die sexuelle Orientierung so entwickelt und stabil bleibt. Wie sie sich entwickelt, was so Ursachen sind, auch das weiß man gar nicht so wirklich. Es gibt unterschiedliche Vermutungen, ob es biologische Faktoren gibt und auch Umweltfaktoren, die mit Einfluss haben. Aber ja, wirklich belastbare Ergebnisse gibt es da nicht. Man muss diese pädophile Präferenz auf jeden Fall abgrenzen von der Pädosexualität. Denn die Pädosexualität, das meint jetzt die sexuelle Handlung eines Erwachsenen vor, an oder mit einem Kind. Also das strafbare Verhalten. Pädosexualität, das ist sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Und hier ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass nicht jede Person mit einer pädophilen Neigung auch einen sexuellen Missbrauch verübt. Vielleicht ist uns allen geläufig, hat man in den Medien mal entnommen, das Programm, das es gibt an der Charité, kein Täter werden, das sich eben an Menschen richtet, die pädophile Neigungen haben und die da Techniken des Umgangs erlernen können und eben auch dagegen anarbeiten und sich nicht selber strafbar machen. Und zugleich wird nicht jede Tat sexualisierter Gewalt gegen Kinder durch einen Täter oder eine Täterin mit pädophiler Neigung verübt. Man geht davon aus, dass weniger als die Hälfte, also 25 bis 40 Prozent der Taten sexualisierter Gewalt gegen Kinder von einem pädophilen Täter oder einer pädophilen Täterin begangen werden. Das ist sicherlich jetzt erstmal sehr kontraintuitiv und irritierend, denn oftmals liegen ja schon die Vorstellungen darunter, wenn es zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder kommt, dann machen das auch Leute, die so eine Neigung haben. Und das sollte an dieser Stelle nochmal deutlich unterschieden werden, deswegen haben wir auch gerade ein bisschen ausführlicher definiert, was pädophile Neigung meint. Also die pädophile Neigung an sich ist erstmal nicht strafbar, sie ist nicht ausgesucht und andersrum ist nicht jede Pädosexualität, also da wo wir sexualisierte Gewalt gegen Kinder haben, auch durch eine pädophile Neigung verursacht. Verursacht, sondern unterschiedliche Hintergründe können hier vorliegen. In der Literatur werden drei verschiedene Arten von Ursachen in Bezug auf das Täterverhalten unterschieden. Und zwar ist es einmal die pädophile Präferenz, eine weitere Ursache sind Ersatzhandlungen, das nennt man auch den regressiven beziehungsweise reaktiven Täter, Täterin. Hier liegt keine pädophile Präferenz vor. Der Täter, die Täterin hat eigentlich eine sexuelle Neigung gegenüber Erwachsenen, aber es kommt aufgrund von Bindungsstörungen, anderen Ursachen nicht in der Lage zu sein, auf Augenhöhe bis Sexualität einzugehen, kommt es dazu, dass sexuelle Gewalt gegenüber Kindern ausgeübt wird. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, nämlich die sadistischen Neigungen. Hier liegen soziopathische Täter, Täterinnen vor, die aus einer Neigung, jemanden zu quälen, dem Bedürfnis, jemanden zu quälen, zu unterdrücken, ihr die Taten verüben. Und wenn wir uns jetzt fragen, was ist am häufigsten, dann ist es so, dass die meisten TäterInnen eben nicht pädophil sind, sondern Ersatzhandlungen ausüben. Und dabei geht es ihnen um Machtausübung und auch um die Unfähigkeit, Beziehungen oder intime Kontakte auf Augenhöhe mit Gleichaltrigen einzugehen. Hier sehen wir auch Bezüge zu unserer letzten Folge, wo wir uns ja mit sexualisierter Gewalt gegen Erwachsenen beschäftigt haben. Auch hier spielt ja diese Machtkomponente eine ganz wichtige Rolle und auch da haben wir ja schon ausgeführt, dass diese Triebvorstellung auch veraltet ist. Und das ist etwas, was natürlich jetzt auch in diesem Kontext hier gilt. Damit ist der zweite Mythos, der eingangs angesprochen wurde, widerlegt. In den überwiegenden Fällen sexualisierter Gewalt gegen Kindern handelt es sich nicht um pädophile TäterInnen. Sondern um andere Ursachen, die den Taten zugrunde liegen. Die Taten an sich sind häufig geplant. Die passieren nicht aus einer spontanen Situation heraus. Vielmehr versucht der Täter oder die TäterIn schon länger das Vertrauen eines Kindes zu gewinnen. Und das gelingt ihm oder ihr dann eben über eine Beziehung, die zu dem Kind ohnehin schon besteht. Oder zu den Eltern des Kindes, jemand aus dem FreundInnenkreis, jemand aus dem Verwandtschaftskreis. Dieses Vertrauen wird versucht durch Geschenke, durch Zuneigung oder durch Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und das ist wie so eine Spirale irgendwie so. Die Grenzen werden immer weiter überschritten. Und dadurch werden auch die Grenzen dessen, dass das Kind sich zurückziehen kann, immer geringer. Das Kind wird auch auf eine gewisse Weise manipuliert. Es wird ihm eine Mitschuld zugesprochen, vielleicht auch eingeredet, das sei ganz normal. Wenn man sich besonders gern möge, würde man das eben tun. Und häufig wird auch eine Grenze zu den anderen Erwachsenen drumherum aufgebaut, sodass das Kind dann eben nicht mehr es schafft, sich anderen Erwachsenen anzuvertrauen. Und auch typisch ist, dass der Täter, die Täterin es auch schafft, so die Erwachsenen im Umfeld auch zu manipulieren. Also oftmals sind es auch Personen, die sehr hoch angesehen sind, die einen hohen Status auch haben. Und die auch sehr geschickt darin sind, auch andere vielleicht in so Abhängigkeitsverhältnisse oder Gefälligkeitsverhältnisse auch zu bringen. Zunehmend stellt auch das Internet eine Gefahr dar. Hier haben wir dann tatsächlich auch eher fremde Täter, Täterinnen. Stichwort Cyber-Grooming, wo Täter, Täterinnen ganz gezielt versuchen, im Internet an Kinder heranzukommen, sich als vielleicht Gleichaltriger auch auszugeben und das Kind aufzufordern, bestimmte Handlungen zu machen oder Fotos zu schicken oder dergleichen. Das wird auch zunehmend zur Gefahr. Wir sehen, dass Frauen seltener als Täterinnen benannt werden. Dennoch gibt es auch Taten, in denen Frauen sexualisierte Gewalt ausüben, wenn auch scheinbar deutlich seltener als Männer das tun. Damit ist jetzt auch der erste Mythos, den wir eingangs erwähnt haben, widerlegt. Es handelt sich selten um fremde Täter, Täterinnen, die so wie aus dem Nichts heraus auf das Kind einwirken, sondern vielmehr ist die größte Gefahr im sozialen Umfeld für das Kind. Wenn man sich das jetzt mal so vergegenwärtigt, was so Täterinnen-Strategien sind, also Aufmerksamkeit, erstmal eine positive Beziehung aufzubauen, das Kind langsam zu manipulieren, dann kann man davon auch ableiten, wer eher auch ein Risiko hat, Opfer zu werden. Damit wollen wir natürlich nicht Opfern eine Mitschuld geben. Das muss man selbstverständlich ganz klar abgrenzen. Aber dennoch sehen wir, dass Kinder nicht gleichermaßen das gleiche Risiko haben, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden. Kinder, die eher vernachlässigt werden, die wenig oder gar keine Erwachsenen in ihrem Leben haben, die sich um sie kümmern, mit ihnen was unternehmen, sind dann auch eher anfällig dafür, wenn Täter, Täterinnen das ganz bewusst nutzen und zugewandtes Verhalten zeigen. Es wird eigentlich klar, dass es eben keine Mitschuld ist, die wir dadurch sagen wollen, sondern im Prinzip zeigt man dadurch oder wird dadurch sichtbar, dass diese Kinder schon an anderer Stelle benachteiligt sind, dass sie eben nicht so einen geschützten Rahmen haben, in dem sich ganz viele kümmern, in dem viele AnsprechpartnerInnen da sind, sondern dass sie, gilt nicht für alle, aber dass, wenn man es sich in der statistischen Tendenz ansieht, die Kinder eben eher auch schon in einem Umfeld aufwachsen, in dem sie wenig erwachsene Ansprechpersonen haben, auf die sie sich verlassen können. Die Kinder haben dann häufig nicht gelernt, sich auch gegenüber Erwachsenen abgrenzen zu können und zu denen auch Nein sagen zu dürfen und auf ihre eigenen Gefühle zu hören. Auch das Tabuisieren und das Nichtbenennen von Körperlichkeiten, von Körperteilen ganz, ganz schwer machen, dass die Kinder sich Hilfe holen können. Daneben gibt es viele weitere Gründe, warum Betroffene sich keine Hilfe suchen. Vielen wird auch viel später erst überhaupt bewusst, dass es sich um sexualisierte Gewalt gehandelt hat, weil sie dieser Erzählung des Täters oder der Täterin, das sei ganz normal, auch anheimgefallen sind und dem auch geglaubt haben. Wie verbreitet ist denn sexualisierte Gewalt gegen Kinder? Letztendlich ist in diesem Deliktsbereich eine geringe Anzeigebereitschaft zu verzeichnen, auch aus den eben gesagten Gründen. Es gibt aber noch eine Besonderheit hier, denn viele Fälle werden in Deutschland der Polizei durch eine US-Organisation benannt, Organisation National Center for Missing and Exploited Children. Diese Organisation prüft Hinweise von amerikanischen Internetprovidern und Ähnlichen und gibt dann Verdachtsfälle an andere Staaten weiter, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass die Taten halt in anderen Ländern als in den USA passiert sind. Und durch diese Tätigkeit werden viele Fälle Deutschland berichtet oder der deutschen Polizei berichtet, gerade auch im Bereich Verbreitung, Erwerb oder Besitz sogenannter kinderpornografischer Inhalte. Die PKS 2022 hat insgesamt 15.520 Fälle registriert. Das ist ein kleiner Anstieg zum Jahr davor. Allerdings muss man sagen, dass in den Jahren davor ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen war. Wenn wir Bundesländer miteinander vergleichen, dann sind die meisten Fälle in NRW, was sicherlich mit großen Verfahrenskomplexen zu tun hat. Also die Stichworte Lüchter, Bergisch Gladbach, Münster sagen vielleicht noch vielen was so aus der Presse. Und das weist auch darauf hin, dass es in diesem Bereich nicht nur auf das Anzeigeverhalten ankommt, sondern auch auf die Kontrolltätigkeit. Also wie viel Personal wird dann zur Auswertung von großen Datenmengen zur Verfügung gestellt? Das Dunkelfeld wird eine besondere Aufbauorganisation in der Polizei gegründet. All das hängt dann auch davon ab, ob weitere Fälle ans Licht kommen. Das Dunkelfeld ist, wie in allen Deliktsbereichen, die wir bisher berichtet haben, auch in diesem Fall um einiges größer. Die Studien variieren hier, weil auch die Erfassung unterschiedlich ist. Es gibt Zahlen, die sagen, dass ungefähr jede 14. Person als Kind Opfer sexualisierter Gewalt gibt. Es gibt andere, die sprechen von jeder siebten Person in Deutschland, während der Kindheit und in der Jugend. Insgesamt muss man wohl sagen, dass relativ sicher ist, dass ein bis zwei SchülerInnen pro Schulklasse aktuell betroffen sind oder betroffen waren. Im Vergleich zu älteren Generationen gibt es Hinweise darauf, dass sexualisierte Gewalt früher weiter verbreitet war. Weil wir vorhin im Hellfeld von dem geringen Anzeigeverhalten ausgegangen sind, die sich ja jetzt durch die Dunkelfeldzahlen noch mal ganz deutlich bestätigt. Hier muss man noch mal überlegen, was können Kinder überhaupt zur Anzeige bringen? Also je nach Alter ist eben die Frage, wissen die überhaupt von der Möglichkeit der Anzeige? Sind die überhaupt fähig, selber zur Polizei zu kommen? Rein räumlich können die da hinkommen? Haben die Unterstützung durch jemand anderen, der sie dort hinbringen kann? Und wenn die TäterInnen im ganz nahen Familienkreis zu suchen und zu finden sind, dann werden die vermutlich auch großen Wert darauf legen und Sicherungsmaßnahmen ergreifen, dass die Kinder eben nicht mit der Polizei oder mit anderen Erwachsenen darüber sprechen. Das Wissen um diese Hintergründe von sexualisierter Gewalt gegen Kinder ist auch ganz relevant für den richtigen Umgang und die Prävention. Denn noch immer sorgen diese Mythen, die wir angesprochen haben, auch dafür, dass Eltern eigentlich, salopp gesagt, so das Falsche tun. Dass es ihnen eher darum geht, das Kind zu überwachen, in Anführungsstrichen, durch Smartwatches, wo sie sehen können, wo ist das Kind gerade oder es irgendwo hinzufahren. Und dem liegt zugrunde diese Vorstellung, das Kind könnte draußen irgendwie gefährdet sein durch den fremden Täter. Wenn wir uns aber jetzt vergegenwärtigen, dass die Gefahr eher am sozialen Nahraum ist und dass es hier um Beziehungen geht, die aufgebaut werden, dann bedeutet das, dass der richtige Umgang darin liegen muss, dass Kinder gestärkt werden, dass Erwachsene sensibilisiert werden, auch Schulen, Institutionen, dass ganz klar ist, es kann überall passieren. Man muss es zum Thema machen, denn Täter, Täterinnen suchen sich auch Räume sehr bewusst, wo sie eher das Gefühl haben, hier Taten ausführen zu können. Das heißt, wenn es thematisiert wird, wenn es eher flache Hierarchien gibt, wenn Kinder auch Partizipationsmöglichkeiten haben, dann ist das auf jeden Fall auch eine Schutzmöglichkeit. Und Kinder sollten in ihrer Entwicklung gestärkt werden, Nein sagen zu können, auch gegenüber Erwachsenen. Über Körperlichkeiten muss gesprochen werden, Körperteile benannt werden. All das stärkt Kinder mehr darin als bestimmte Selbstverteidigungskurse oder dergleichen. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Zusammenfassend lässt sich sagen, sexualisierte Gewalt gegen Kinder ist weit verbreitet, auch wenn im Langzeitvergleich ein Rückgang sichtbar wird. Sexualisierte Gewalt passiert häufig im sozialen Nahraum. Täterinnen sind Familienangehörige oder gehören zu Schule oder Freizeitaktivitäten. Täterinnen gehen oft manipulativ vor, gewinnen das Vertrauen des Kindes und bauen eine zunächst positive Bindung auf. Für die Betroffenen führt dies und ihr junges Alter dazu, dass es schwierig ist, sich Hilfe zu holen. Und die Täterinnen handeln nicht unbedingt, sogar eher in der Minderheit der Fälle aus pädophilen Neigungen heraus. Die Ursachen liegen häufiger in einer Störung der Bindungsfähigkeit oder einem Verlangen von Machtausübung und Machtmissbrauch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.